Musst du ein bisschen Luftfasser? Puh! 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 Vielen Dank. Ich bin schon zu weit gefahren, verdammt. Ich bin schon zu weit gefahren. Ich bin schon zu weit gefahren. Ich bin schon zu weit gefahren. Ich muss ein Allrad anschmeißen. Ich bin schon zu weit gefahren. Alle warten auf ihn. Ich bin schon zu weit gefahren. 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 Ich bin schon zufrieden. Ich bin schon zu weit gefahren. Ich bin schon zu weit gefahren. Ich bin schon zu weit gefahren. Wenn man jetzt kein Gas N? Oh nein, habe ich irgendwas mit manueller Schaltung eingegeben? Naja Ist das über dieses VC? VCA? Ne Also VCA, selbst wenn ich VCA anders einstelle, ist es ja quasi nur auf das Fahrzeug abgestimmt Nicht mehr wie bei 19er global Global heißt quasi dann auf alle Fahrzeuge Hä, bin ich jetzt doof? Wieso kann ich denn nicht fahren? Achso Der Controller geht Was ist denn da jetzt los? Ach scheiße Hast du? Warte, jetzt das Der hat die Oh nie, oh nie, oh boah Der hat das Der hat die Einstellung von diesem Ding, was ich gestern geschenkt bekommen habe Hier alles drin Ach du Scheiße Ja, was kostet das? Was ist das? Ja, jetzt hast du wieder alles auf Normalen Drücker Auf Standard, ja, aber Muss ich das jetzt jedes Mal Nee, also Zuhause Eigentlich nicht Das kannst du ein bisschen umändern Das kannst du umändern Dafür hast du ja quasi in der Spalt des Gamepad 1 und Gamepad 2 Ähm, ich hab zum Beispiel drei Stück dran Okay, das muss ich da nochmal Mir anschauen, wie das funktioniert Ach Habs Video fertig bekommen? Joa Nachdem ich vergessen hab abzuspeichern Hab ich mal quasi die zwei Stunden Arbeit umsonst gemacht Ja, wie ich leib, lehe und lebe Hast du verwandt mit Tim? Äh, nö Also so Hält ja sein können So Ich muss auch ein bisschen leiser sein Weil Freude, die schläft noch Die hat sich ja Lach leise, Mann Ja, naja Naja, aber ich hab dann gedacht Ja, komm Schmeiß mal dann um vier mal das Stream an Geh mal auf die Karte Dann bist du Bist du live auch? Ja Ja Deswegen brauch ein bisschen Videomaterial für das nächste Video Quasi Naja Der Face Ich hasse und liebe dich gleichzeitig Dankeschön Kann man nur so sein Oh, ich find's geil Ich würd's auch machen Ich bin wenigstens froh Dass ich für den LKW Für die Modvorstellung Oder das, was ich da Erarbeitet hab Wenn ich es noch fachgerecht Zusammengeschnitten hab Bevor es Bevor es mir Ja Ab Nicht abgespeichert Gelöscht wurde Oder wie auch Weil ich hab mir für das Intro Ja Schön Eine Woche Zeit gelassen Das Ganze zu bearbeiten Ich war richtig zufrieden Und dann versuchst Ein neues Video zu Bearbeiten Zu exportieren Für YouTube Und dann siehst du auf einmal Ja, da fehlt was So Aber das ist halt Aber ich bin ja wenigstens froh Dass wenigstens das mit dem Das Also ich hab jetzt auf OBS 29 Aufgewertet Ja Ich soll was sagen Keine Probleme Also Okay Ich hab Spotify jetzt extra nochmal Ein extra Platz gegeben Ein extra Audio-Kanal Du kannst ja quasi Über die Option von den Audio-Einstellungen Spotify extra Ein Platz geben Dass du quasi das über jede Szene hörst So macht das eigentlich keine Probleme Und dann Ich hab mir Katar